Level 10 Level 10 Ich hoffe das jetzt nicht wieder so ein ganz viele Pflanzen die dich töten wollen Level Nein das ist eine, ich bin eine Giftgasqualle Level Ja, Giftgas, keine Ahnung Eidechsen Kannst du das aufnehmen? Na also Was das manchmal ist von Fraps, wüsste ich gerne noch Na klasse Boah, grüne Kugel, grüne Kugel Auf da Boah, was ist denn jetzt los Aaaa Ich will diese riesigen Kugeln Geh weg, geh weg Boah Ich hasse es wenn ich den Boden nicht sehe Was soll doch da in meine Abgründe rein Oder Sonst wo hin Und Töten mich diese Flammen Nein Nein Bloß Hintergrund Pilz Hey Ach ja, Blume ist immer schön immer hart Ich hasse diese Sprünge Ich hasse diese Sprünge Haha Wie war diese Blumen Überall diese Blumen Moment, da Nicht mehr schneller Oh, herrlich Weil sie muss jetzt dann über Und dann irgendwo das Unbekannte Oh nein Oh Das war jetzt gekonnt Genauso habe ich das vor Äh, zumindest Ja, genauso Von Anfang an Aha Pfff Äh Bin ich jetzt? Achso, das andere Ding ist runter Gefallen Gefallen Mein Pilzfeld hinterher Ja Groß sein ist ja langweilig Oh Praktisch Oh, nicht lecken Böse lecks Böse Sag mir, was der Untergrund ist Naja Ist um der Grund Komm Umher Schön Langsam 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 Für den Pilz Pfff Zwei auf einmal Komm Ist doch irgendwo der Ausgang Okay Kommt eine Blume Keine Blume Komisch Sieht so aus Als würde eine Blume rauskommen Nur ganz oben? Naja Wollen wir uns doch nicht beschweren, nicht? Hehe Was war das? Ah Ich wusste doch, ich kenne das Geräusch Ah, klasse Geh weg Warum kommen die immer alle zum Mitnehmen Kugel Stacheln Muss ich da runter? Ich hoffe einfach mal Ja Ich dann auch Geh weg Brav Was ist da oben? Was ist da oben? Was zu mitnehmen Ich lasse es lieber liegen Oder nehme ich es doch mit? Ich werde sterben wenn ich es mitnehme, richtig? Wahrscheinlich Hallo Hallo Es ist wahrscheinlich nur Münze drin Und ein extra Leben Naja Ich hätte doch einen Pilz aufhören sollen Hätte ich mehr von Klappt Ab in eine Röhre Naja Ah Geht weg Warum wollt ihr einem armen kleinen Jungen wehtun? Was habe ich euch denn getan? Warum renne ich hier überhaupt rum? Was ist überhaupt der Sinn dieses Spiels? Pfff Komm Noch ein Stück Haaf Komm 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 zu Papi Und roll da rein Roll da rein Pfff, die können sich gegenseitig kaputt machen Oh, ein Geisterfilz Mit dem ich unsichtbare Sachen sehe Klasse Wie weg Warum rollst du da nicht runter? Nein, roll da runter Geht doch Ach Noch mehr Pflanzen Ich hasse Pflanzen Ich habe sie schon immer gehasst Wo bleibt jetzt der verdammte Ausgang? Ausgang Yay Noch eine Welt Pff Wie viele Welt hatten die noch? Sind das denn schon alle gewesen, wo ich da jetzt sehe? Kann mir fast nicht vorstellen Egal, machen wir Puzzle Also Auf mir passt auch eins nicht schon In der ersten Welt Ach ne, das war glaube ich drei, oder? Egal, Schnee Mitten Im Sommer Eben noch Irgendwo im Dschungel Voll grün Und jetzt Schnee Jetzt kann ich schön im Schnee spielen Und Es schneit aber der Boden ist grün Okay Wer erkennt den Fehler? Ja Richtig Der Fehler ist Die Ranken sind ja grün Äh Was hab ich da schon denn für ein Mist? Na ja Geht dann auf Und Ich hab nicht pausiert Scheiße Ah Und ist doch Abgrund Abgrund ist böse D D D D D Also auf ein neues Ab in den Himmel D D D D D Ich habe jetzt ein bisschen an die mit ihm zusammen U Was? Woaah Aaaaaaaaaaah Komm Rauf, 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 rauf Tschüss Lauf, 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 lauf Null Leben Oh, Mann, 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 Mann Und was ist jetzt? Oh, nicht schon wieder Was? Ja, ist gut Was leckt denn das jetzt so? Läuft noch irgendwas? Ne Warte Nee, doch Toch 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 Toch